Moin, ihr Baggerlooten und herzlich willkommen zurück in Overwatch, wieder mit Pico und, äh, Chico, äh, nee, Snow. Hey, da sind wir wieder. Everyone knows what I mean, man. Everyone knows. So. Alright, ja, ist doch ganz cool. Also, letzte Runde haben wir ja eigentlich ganz schön abgerissen und gewonnen. Jetzt müssen wir nur mal gucken, dass wir das in Visa hier auch mal packen. Yay! Sag mal, ähm, hier, Snow, du sagtest mir ja hier, dass Pico dein Kumpel ist. Also, seid ihr Real-Life-Kollegen? Nö. Da braucht man ja auch nicht, ne? Ist ja schwach. Wir haben uns nur über Overwatch kennengelernt. Ja, man braucht ja auch so. Real-Life ist ja auch völlig überbewertet. Wir sollen angreifen. Die Breiter, ist das die gleiche oder eine andere jetzt? Ne, ich weiß nicht. Eine andere. Meine ich doch. Jetzt sind wir bei Gibraltar. Das ist was anderes. Angriff? Oh, ich hab mal Lust ein bisschen mit dem ganz, ganz schlechten Reaper hier ein bisschen rum zu nerven. Ey, ich kann, ich bin ja auch echt nicht so der Megaspieler, ne? Muss ich ja sagen. Aber den find ich ja, den mag ich ja manchmal. Den mag ich ja manchmal. Inwiefern ich den mag? Ich mag seinen Bart. Mit dem Skin. Ja, also, es hat schon Stil, der Bart. Aber nur in dem Skin. Ne, anderen find ich den nicht so. Ähm, hab ich die Tasten verloren? Oh. Ich hab die Tasten wieder vertüdelt. Sag mal. Scheiße, welche ist denn jetzt die... Nicht V? C! Er ist ja so ziemlich mein Bart, den er da trägt. Und er sieht auch so... Also, den haben sie auch so vom Körper so ziemlich mir nachempfunden. Aber hey, guck mal, ich kann das gleiche machen. Ich kann die gleichen Voicelines machen wie du. Tod. So. Jetzt nicht rumquatschen. Guck gespielt und gib ihn. 4, 3, 2, 1, 1, 1, attack commence. Wäschchen, guck mal. Ja, sehe ich. Ich schieße gerade die ganze Zeit auf den. Ach so, äh, wo geht es nicht dann? Aber der hat so einen blöden Reinhardt vor sich. Gleich nicht mehr, keine Bange. Der steht auch noch hier. Der Reinhardt macht ja gar nichts, oder? Der Reinhardt ist ja langweilig. Bäschen liegt. Ja, Reinhardt auch. Ach, der hat eine... Ah, der hat eine, ähm, hier, Mercy. Ja, dann lock sie raus. Dann kann ich mit draufballern. Wird schwierig. Ich hab's versucht. Ach, Mann. Ich hab's... Wir haben gerade überall zu Hause gepunkt. Hast du gut gemacht. So, sehr gut. Und die Mercy ist hier auch irgendwo noch. Seid vorsichtig. Oh, da ist ein Turret. Oh, ich bin fast tot von der Turret. Ach so, meine Güte. Hat's Turret. Gut. Sehr schön. Da unten ist der Bastion. Wo? Äh, tot. Ach, hier. Genau. Da. Wir kommen mal zu dir da hinten hin. Wow. Ach, dahinten ist die Anna. Hinter dir. Ah, ich hab das eine erwischt. Ich find das lustig. Der Reinhardt hier hat Angst vor mir. Dabei bin ich ein Senyata. Keine Ahnung, warum der Angst vor mir haben sollte. Hallo? Hallo, Reinhardt. Ciao, Reinhardt. What the fuck? Mich... Oh. Die, die, die. Die, die. Die, die, die. Oh, fail, fuck! Quasi. Also, ich schieb einfach nur die Failload weiter. Das hat nicht so geklappt, wie ich mir das jetzt gerade gehofft hatte. Ich brauch'n Heal. Ja, ich kann dich nicht healen. Ich bin grad gestorben. Nachdem ich Goldmedaillen in allem gekriegt hab. Außer Eliminierungen. Ich hab hier ein kleines Problem. So wie zum Kommentieren. Mach es nochmal, Baby. Mach es nochmal. Alter. Den kriegen wir. Ja, der Besten hat gar keine Chance da oben. Nee, komm mal mit mir mit hier. Der Torbjörn setzt sein Turret auf Space Shuttle. Ja, ist nervig, ne? Hab ihn. Dann mach ich das eben Solo. Natürlich kann man das. Das Problem ist, die Turret muss unbedingt weg, weil ich kann nicht rein und in so lange die Turret da steht. Ich bin einfach sofort tot. Ach, Kacke. Hättet mein... ...mein Geistgedöns da machen müssen. Fuck. Mein Schatten. Scheiße. Da hat der Besten mich erledigt. Alter, der... Ihr müsst die Turret wegmachen. So lange kann ich nicht helfen. Ja. Ich möchte ja, aber es geht nicht. Okay, seid ihr alle bereit zum Pushen? Los. Experience Tranquility. Rein und mach die Turret weg. Ich bin direkt neben diesem... Oh, es ist nicht wahr. Hast du gut gemacht. Nein. Ich hab sie abgeleckt, ne? Nein. Nein. Ich bin tot. Aber wir haben die Turret weg. Jetzt müssen... Können wir... Utsa. Hölle ist unsere Anna hingelaufen. Ja, hat man gesehen. Du rückst zu unserem ersten Sporn, oder was? Es hat das Schwierste Turret umgesetzt. Oh, mein Gott. Ja, hab ihn! Hast du den Turret? Nein, der Turret ist... Nee, der McCree. Weg, Sack. Der Turret muss weg. Okay, Turret ist weg. Ja, wie nachdem ich gestorben bin. Nein, nein. Ich bin im Sleep Mode. Ich schlafe. Wenn niemand bemerkt mich, ich bin wieder voll. Guten Abend, gute Nacht. Unterricht von Angst. Ich brauch ein bisschen Health. Ich bring da mal die Payload weiter, ne? Wenn das keiner von euch macht. Das ist eigentlich nicht meine Aufgabe. Ja, da steht Fession umrecht. Fession kommt jetzt raus. Nee, ist nicht immer noch drin da oben. Fession ist hinter uns. Hinter euch, hinter euch, hinter euch. Er ist hinter euch runtergesprungen, der Fession. Geht doch. Nicht wahr, ey. Scheiße. Ich hätte fast die Ana weggehabt und dann können... Die Ana heißt die. Ana Luisa. Die Ana L. Oh, ich hab da... Warum sinkt mein Niveau so tierisch mit euch? Ich käme nach rechts. Gar nicht. Oh, bestchen Ult. Achtung. Ja, wo? Da. Fession gefunden. Äh, wie wär's mit Nö? Hä, wie wär's mit Nö? Ja, ich hab einfach mal seine Ulti genobt. Ja, ich hab diese Ana. Was? Warum bin ich jetzt gestorben? Ach, sie hat noch ihre fucking Granate reingeschmissen, oder was? Nee. Sie hat mich mit ihrem Sleep Dart gekillt. Oh, wow. Oh, und ich hab grad auf meine Ulti gedrückt. Gott sei Dank ist der nicht durchgegangen. Das wär total Arsch geworden. Wir haben grad Best schon im Nahkampf konfrontiert. Wir hatten ein bisschen... Wir waren ein bisschen hilflos. Konfrontiert ist schon wieder so ein Fachwort. Sowas wie Vertikalität. Oh, ich hab das ja inerwischt. Ach, da ist die Turret. Ich weiß, da waren die Turrets. Der hat mich betäubt. Der hat mich betäubt aus meiner Ulti. Du F... Fliege. F... Vogel. Freundschaft. Freundschaft. Was ist hier grad? Reinhard reingecharged? Yep. Swapen konnte er auch immer... Mhm. Halt es weg mir? Ja. Er hat schon Discord auf. Sehr schön. Oh, jetzt müssen wir auch schnell den Bastion wegkriegen. Hab ihn doch. Meine Bastion, ja, ich hab dir ja auch gemerkt. Ach komm. Bastion ist wieder da. Oh nein, jetzt macht Bastion uns alle fertig. Ich will auch noch was machen. Oh nein, okay. Scheiße, meine Ulti ist doch noch rausgegangen. Ach, fuck off. Oh, nein. Ach, fuck. Los, jetzt rein, hart wegmachen. Sehr schön. Ich hab gewonnen. Ich finde, ich hab richtig gut gespielt. Ich hab das Game gemacht. Ja? Pailoka, guck dich den Skimmer an. Super. Siehst du, wie gut ich gespielt hab? Schon wieder, ey. Das ist ja unglaublich. Und schon wieder mit einem Charakter, der eigentlich nie Play of the Games kriegt. Ja, dann würde ich sagen, spielst du ihn falsch. Nee, ich mach's perfekt. Seht ihr das? Boom. Puzz, puz. Sehr schön gemacht. So, alles klar. Aber das war doch eine schöne Runde. Würde ich so sagen. Das war sehr schön. Und, ähm, liebe Leute, nächste Woche, keine Sorge, wird ein neues Let's Play starten. Und zwar Resident Evil 1 im HD Remake. Freut euch drauf. Ich bin noch unentschlossen, wen ich davon spielen werde. Aber einen davon werde ich spielen. Ähm, also zwangsläufig. Also entweder Chris oder Jill. Gucken wir mal. Auf jeden Fall. Euch beiden auch vielen lieben Dank. Lieben Dank, lieber Pico. Ja, danke. Lieben Dank, lieber Chico. Äh, Snow. Ja, ja. Kein Problem. Immer wieder. Kennen wir. Und dann heißt es, bis zum nächsten Mal. Vielen lieben Dank, bis zu sehen. Winke, winke. Ciao. Und tschüss. Sag tschüss. Tschüss. Tschüss.